Seid ihr herzlich willkommen! Channeling aus der Bibel. Ich öffne gleich das Buch, weil ich bin auch ganz ganz neugierig, was die heutige Botschaft ist. Du brauchst Sicherheit und Stabilität. Ist auch möglich, dass du startest etwas Neues und du hast schon die Fundamente dazu. Du kannst beginnen. Bald bekommst du eine wichtige Botschaft. Du möchtest etwas anfertigen. Oder etwas zu Ende bringen. Und das gelingt dir. Du hast bis jetzt auch sehr viel geleistet. Aber du hast noch Angst. Angst vor Leben. Und Angst wegen deinem Besitz. Mach aber weitere Schritte. Das gelingt, was du planst. Und das war die Botschaft aus der Bibel. Wenn euch dieses Video gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn ihr das liked und meinen Kanal abonniert. Vielen lieben Dank. Und ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Eure Dendera Dendera